Hm, man guckt sich die Welt so an und denkt sich so, was erwartet mich hier? Aber ich schätze mal, irgendwas hat das noch mit Fossilien auf sich, vielleicht so ein großer Saurier oder so? Oh, der Endboss ist halt so ein Saurier. Oder irgendwie sowas. Okay, Level 2 auf antiken Faden. Bin ich ja mal gespannt, ob wir wieder Schokokong in Aktionen leben, erleben dürfen oder einfach nur... RUMS! Was war das da gerade im Hintergrund? Im Hintergrund irgendwie? Da ist irgendwas im Hintergrund. Öl oder so. Hier wieder Schokokong? Schokokong. Ii, ii. Hup. Watz. Ah, ii, ah. Nein, aua, aua. Au, nein. Nein, springen, springen. Oh, oh mein Gott. Okay, okay. Wie jemand ein Schokokong, ey, da, wie das aussieht. So, komm erst mal hoch hier und zack, frei und... Ah, schön. Okay, 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 okay. Hup. Yay. Mein Gott, hier geht alles unter. Wow. Warte mal, muss ich jetzt einfach ins Fass rein oder kann ich erst mal noch auf die andere Seite und gucken? Ah ja. Anscheinend war es wirklich noch auf die andere Seite und gucken. So. Oh, sieht aus wie ein Trampolin. Ne, was ist das denn? Ach so, die Welt kenne ich ja auch. Hier, wo man sich den Kopf stößt und voll fies. So, die Zeit tickt. Da, ba, da, 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 da. So, hup. 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 Und genau, abgepasst. Und... Verdammt! Verdammt! Verdammt, verdammt, so ihr müsst. Oh mein Gott, ich hab verschissen. Und... Ja! Huh! Yeah! Okay. Hup. Bam! Cool, Mann. So, ich hab da grad Schienen gesehen oben. Hier, was ist das denn da? Das sind Schienen. Es ist eine Lorenwelt. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh mein Gott! Ich hab Angst vor Lorenwelten. Und vor ekligen... Schokoaffen. Was war das? Oh, oh, oh! Ah! Ah! Mein Gott, Donkey. Du bist ein Schokoaffe. Weihnachts-Schoko-Donkey-Affe. Oder zu Ostern denn die Oster-Special-Variante. Und... Let's go! Hier, Alter! Okay, ich bin wieder in so einem Ding, wo das ganze Ding mit mir zusammenspringt. Oh mein Gott. Oh, du... Oh mein Gott! Hey, Yoshi-Eier! Hey, du hast zum... Oh! Wow! Wollen die denn hier viel was denn gemacht? Yoshi-Eier! Wow, wow, wow! Oh, war das fies! Ich wollte eigentlich über ihn rüberspringen, aber irgendwie bin ich so dumm auf ihm gelandet. Habt ihr gesehen, oder? Habt ihr da alle gesehen. Und wo ist überhaupt Didi, mein Freund? Der hat schon lange nicht mehr gesehen. Oh, let's go! Nyo! Oh, Hintergrund, ey! Voll fette Knochenkorb! Fossilien-Alarm! Okay, ducken! Dam-ba-dam-bam-bam-bam-bam-bam! Was war das denn? Genau dazwischen! Ey, Mut zur Lücke! Wir haben ja nicht Mut zur Lücke. Lücke ist scheiße. Das sagen außerdem bloß die Typen, die zur Uni gehen. Oh, achso. Ne, egal. Moment, hör! Hör! Du! Mein, jetzt komm her! Trip! Trip! So, ducken! Oh mein Gott! Okay, jetzt aber nicht Mut zur Lücke hier! Bam! 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 Three of a kind! So, rüberspringen! Gut. Äh, was zum... Oh, fies! Wow! 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 Wow, what's up! Ich hab da extra groß A gedrückt. Also, ja, auf meinem Controller, äh, hier, was weiß ich, hat die zwei, aber... Ich wollte auch höher springen. Jetzt geht das wieder los, eh, dass der Knopf nicht funktionieren will. Oder weiß ich irgendwie, was meine Koordination so bescheuert ist. Tja, Freunde. Es geht wieder los, wie in Welt 4. Freut euch doch schon mal drauf. Ich tue es schon. Und jetzt... Und... Trip! Three of a kind! Duck dich, Donkey! Sieh schon wieder! Oh, Mann! Habt ihr das gesehen? Das ist dumm. Dumm! Dumm, dumm, dumm! Trip! Oh, was... Oh, das war noch dümmer. Das war richtig dumm, Mann! Aber wie lange braucht der denn, bis er da wieder frei ist? Oh, wieder neu. Ist das dumm, Mann! Mein ganzes Fell ist dreckig. Mein schönes Affenfell! Stup! Ich muss halt ganz genau aufpassen, wie ich springe. Hüpp! 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 Okay, ducken. Hüpp! Hüpp! What? What? Good? Na, wir sind das, klappt immer. Twem! Hüpp! Okay. Hier wieder kurz warten. Und wüpp! Oh, mein Gott! Und hüpp! Hüpp! Ah, schön! So. Letzte 1, 2 und... Twem! Und Twem! Wow, 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 wow! Oh, das war... Oh, mein Gott! Twem! Oh, keine Schienen! Oh, oh! Oh! Oh, mein Gott! Twem! Duken! Oh, safe point! Was für ein Glück! Oh, mein Gott! Wow! Wow! Oh, verdammter Mist! Oh, mein Gott! Oh! Oh, okay! Aber safe point! Okay. Okay, und Didi ist immer noch tot oder weg oder... Keine Ahnung. Keine Ahnung, wo mein kleiner... angezogener Freund ist. Oh, spring rauf! Ah, schön! Was hier oben? Ah, okay! Hoey! Oh, wow, wow! Puzzle! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, wow, 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 wow! Oh! Alter, muss ich mich gerade... Oh, mein Gott! Nein! Ich trottel! Oh! Da bin ich so erschrocken, da bin ich gesprungen. Haha! Das Spiel ist cool, Mann! Das ist doch geil! Stup! Okay. Häm! Mit Schwerken! Zürken! Nein! Oh, nein! Ich habe das Prostetail schon! Ich habe es ja schon! Häm! Häm! Oh, mein Gott! So, okay! Hoppa! Okay! So! Nicht erschrecken, nicht erschrecken, nicht erschrecken! Schön! So! Und ich hatte kaum zusammen und... Was ist das denn jetzt hier? Oh, was ist das denn? Oh, mein Gott! Wie geht das denn? Oh, mein Gott! Oh! Oh! So ein Glück! Oh, mein Gott! 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 Nein, nicht wieder! Oh! Oh! Oh, nein! Oh, spring! Oh! Oh! Ist das eine geile Idee! Und die Schokomassen im Hintergrund! Ich hoffe, es ist die wenigstens Schokolade! Ich hoffe es! Oh! Oh! Oh, mein Gott! Doa! 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 Oh, sind wir eine Affen, ey! Oh! Geil! Mann, war das geil! Schwe... Ah! Ja! Boah, war das eine coole Welt! Habt ihr das gesehen mit diesem rollenden Ei und so? Mann, wer denkt sich denn so ein Quatsch aus? Das ist ja richtig cool! Physikalisch zwar ein bisschen unmöglich, aber trotzdem cool! Hammer! Mua! Ich liebe das Game! Ich ziehe meinen Hut vor dem Spiel! Und es wird immer besser! So! In der Schwebe! Okay, das klingt doof! Mal gucken! Nicht verzagen! Schokokong fragen! Schokokong! In dem braun, aus dem... Äh, in dem weiß, aus dem braun! Quatsch! Ey, immer noch ohne Didi! Der muss hier wohl verschollen sein! Oh, gleich am Anfang ein Puzzleteil! Cool! Ist hier noch irgendwas? Ne! Wo ist ein riesengroßer Saurierkopf? Und ich höre Didi! Da ist er! Da ist er! Höp! Oh mein Gott, ich dachte nicht, dass er so tief runter fliegt! Was ist das denn hier? Was ist das denn? Oh mein Gott! Super Mario, lass grüßen! Super Mario, lass grüßen! Okay, da ist aber ein Ewig dran, ne? Also, höp! Oh mein Gott, das war zu viel! Das war zu viel des Guten! Höp! Höp! Okay, okay, wartet, wartet, wartet! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Höp! Und tschüss! Ja, ist ja gut, ist ja gut, ich weiß schon Bescheid! Puzzleteil hab ich! Höp, watz! Ich mach einfach so hier, Alter! Hast du dir gesehen? Ja, da kommst du nicht drauf! Oh! Äh, wartet, 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 den Typ mir einfach... Stuck! Verdammt, der Typ will nicht! Hm, oh mein Gott! Das ist eingestürzt! Höp! Äh! Äh! Oh! Mein Gott, ich stütze alles ein! Und warum geht das hier nicht runter? Oder bist du da hoch? Störst du etwa den Fluss der Konzentration? Tatsächlich! So, und... Oh nein, es bricht ein! Oh! So, Pustekuchen! Wieder... Oh nein, da war was! Ich konnte noch weiter nach rechts! Verdammter Mist! Verdammter Mist! Hab schon was verpasst! Schon wieder! Du wirst das nochmal, wenn man Blind spielt, ja? Oh, achso, da war ein Trampolin! Oh! Ich dachte gerade, es würde wieder einbrichten und bin deswegen ganz schnell gesprungen! Wow! Hier, bricht du ein, oder? Ah, nee, ist oben ein Trampolin! Toc, 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 toc! Das bricht ein! Das bricht ein! Das ist Trampolin! Eine Sprungfeder! Und das bricht ein! Und das bricht auch ein! Hier oben geht's irgendwo lang! Stoop! Ja! Bonusfass! Naja, es ist eher... Hier sind's ja gar keine Bonusfässer mehr, es sind mehr so Bonusnischen! Ganz merkwürdig! So, meine alte zweimal Schussregel! Egal, ich achte eigentlich darauf, ob die Bananen in meiner Schusslinie sind, ich achte einfach drauf, damit ich an dem Fass vorbeikomme! Und wamm! Wieder ein Puzzleteil! Und darauf muss ich erstmal diesen... Oh, tut mir leid! Oh mein Gott! Oh mein Gott! So, kurz warten! Hup! So, alles klar! Raschle, raschle, raschle! Raschle, raschle! Was sind das hier für Schwänze? Oder was ist das? Stoop! Hä? Wohin? Oh, achso! Okay! Oh mein Gott, wieder ein Safe Point! Das heißt bestimmt das gleiche, es kommt irgendwas üblet! Und jetzt das Gefühl, es kommt irgendwas übles! Ich werde verfolgt oder so! Habe ich irgendwie das Gefühl! Und da oben war gerade was! Ja, okay, gut, okay! Okay, meine Bemühungen waren wohl umsonst, aber irgendwie... Hier ist so eine Hintergrundwelt! Hintergrundgrafiken! Watz! Äh, watz! So, kurz gucken, Puzzleteil, sehr schön! Und dann ist... Da oben ist das K! Ja, das N! Ja, habe ich überhaupt alle anderen Buchstaben? Ach, interessiert mich gar nicht! So, hätte ich viel, als ihr braucht! Ah, nee! Wow! 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 Was soll das denn? Okay, gut, ich hab... Hup! Uah! So, ein bisschen getrickst! Hehe! Ein Gegner ausgenutzt! Irgendwas zum... Na toll! Nichts mit tricksen hier! Für den Arsch hier alles! So, und hüpp! Oh, oh, und hüpp! Ach, Mann, das war so klar! Na, komm schon, Donkey! Na, komm schon! Oh mein Gott! Na, jetzt aber los, komm! Nein, wow! Was war... Hä? Dieser Monkey! So, geh hoch! Und nochmal höher! Und hüpp! Und zurück! Aus Festland! Hui! Watz! So! Schön! Tot, 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 tot! Oh mein Gott! Was haben wir hier? Nix! Was ist das für ein Vieh? Tot! Die Bäume bewegen sich lustig! Also diese... Diese Ranken hier, diese Blätter! Hui! Oh, warte, noch ein Safe Point! Wie viele Safe Points gibt's denn hier? Guck mal, was haben wir hier? Hier haben wir gar nix! Okay! Oder kann ich das irgendwie kaputt machen? Kaputt machen? Nein, nix zum kaputt machen! Alles heile bleiben! Ähm, zack! Äh, was zum... Ah, okay! Moment! Erstmal sind die Wicht hier runterballern! So, okay! Dann schudum! Und dann tic, 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 tic! Hüpp! Oh, und hüpp! Schön! Wunderbar! Tic, 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 tic! Aber... Oh, das Ding fällt ja ab, wenn ich zu lange drauf bleibe! Na, ich will zu wissen! So, und irgendwas ist jetzt da unter mir! Kann ich hier rein? Da ist doch irgendwas unter mir! Darum ist ein Didi fast, aber... Äh... Oh, okay, okay, okay! Oh, okay! Hallo? Wie komme ich denn jetzt da unten rein? Äh, also hier ist klar... Ah, okay, okay, gut! Hui! Ah, ich musste sogar warten! Ich musste sogar warten! Das ist jetzt ganz unbewusst, weil ich so lange überlegt habe! Was? Oh, tot! So, was ist jetzt hier? Äh, nix! Einfach mal russieren auf! Stup! Hui! So, tic, 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 tic! Und, dann nochmal da rein! Hui! Zaboing! Hui! So, Bananas! Toter Raptor! Oh, weiß ich, was das für eine Spezies ist! Oh mein Gott, das ist das Geh! Das Geh! Ich hab Angst, ich hab Angst, ich hab Angst! Ist ja fies! Oh, schnell, schnell! Oh, ne! Jetzt hab ich das Geh verpasst! Und halt, ich seh, dass ich... Nein, 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 ich seh, dass ich hier noch hochklettern kann! Moment! Hm. Verdammt, da kann ich doch noch... Ich kann hier hoch! Ich kann doch da hoch! Verdammt, da braucht die... Ah, okay, wir haben's versaut! Ich hab's versaut! Ihr habt nichts damit zu tun! Ah! Ah, ein bisschen extra Money hier rausgeholt! Naja! Besser als nix! Duh, 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 duh! Die Welt gefällt mir! Vor allem den ganzen Level! Ist cool, ist cool! So, können wir jetzt zu Cranky? Wir können zu Cranky! Ein bisschen shoppen! Shoppen, ja! Ich muss shoppen, yeah! Ich shoppe den... Den ganzen Tag! Da-da! La-la-la-la! So, den großen Schlüssel will ich auch haben! Schlüssel! So, Herzen hab ich anscheinend noch genug! Äh, ist egal! Okay, gut! Raus hier, Mann! Raus hier! Hier gibt's nix mehr! Was ist für mich sich loben? Da-ba-da-la-la-la! Und... Bonus-Section geöffnet! So, was haben wir dann im nächsten Part für Welten zur Auswahl? Wir haben das Geröll-Gerumpel und die Gefahr auf dem Plateau! Okay? Geröll-Gerumpel! Naja, freundlich würd' sagen, ich beende die Part hier! Und wir sehen uns im nächsten Part wieder auf den Klippen! Ciao! Ciao! Bis zum nächsten Mal.